Ja, toll. Toll. Echt geil. Echt episch geil, ne? Ich kann gar keine Gebäude bauen, weil sonst meine Verteidigung ist. Ja, ist klar. So, wie gesagt, noch drei Gebäude. Äh, drei Fahrzeuge. Aber die Grünen helfen echt, wie sauer. Die kotzen nämlich echt. Ja, wenn man die Feinde nicht angreift, dann ist sowieso die Chance sehr gering, dass man das schafft, ne? Ja, gut, ich kann laden. Ich lade, bis gleich. Ja, Mann. So. Da sind wir wieder. Naja. Gut, das hat mir jetzt sehr viel gebraucht. Vor allem jetzt sind die Geziers wieder weg. Zeig mich doch. Blöd. Und mein Einkommen ist immer noch niedrig wie Sau. Ja, und da ist immer noch die epische Kreatur. Ein epischer Fail. Ja, gut, diese Stadt kotzt irgendwie an. Daher mache ich diese Stadt komplett weg. Forme sie um in eine Fabrikstadt. Damit ich mehr Einkommen kriege. Denn Einkommen ist super. Ich mag Einkommen. So, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas bringt. Plus 1.600 pro Minute. Alles klar. Das bringt nichts. So. Immer noch, ja. Okay. Dann müsste es, glaube ich, was bringen wir nicht. Nein. 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 Okay, dann ein wenig Unterhaltung. Muss ja auch sein, ne. Wenig Unterhaltung. Ja, egal. Marsch wieder weg. Diese City ist eine Tombola, was? Was macht ihr da denn? Oha. Wie dreist die sind? Ja, eine Mail steht. La, bla, bla. Warum ist jetzt nur noch plus 800 pro Minute? Sind jetzt kaputt. Hab ich aus Versehen, einen Zweck gemacht, weil ich nicht wegmachen würde. Warum ist es nur noch pro... Plus 600. Äh, 800. Hä? Ach, dieses Spiel ist so unlogisch. Plus 0 pro Minute, das muss man ändern. Plus 1.200. Das heißt, ich kann die jetzt getrost löschen. Nein, dann ist nur noch 4.000. Es ergibt sowas von keinen Sinn. Da steht plus 400. Mann. Na, egal. Ich beende die Folge jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bum. Weiter geht's. Äh, ja. Das Problem, das Problem, das sich mir jetzt bietet ist, ich habe aus Angst, etwas falsch zu machen, weil am Ende der letzten Folge nicht gespeichert hat. Äh, das heißt, das ist derselbe Checkpoint wie vorhin und so. Das heißt, epische Kreatur ist noch am Leben und so und hat gerade meinen tollen Geschütz zerstört. Toll, ich liebe dich. Du Arsch. Das sollst du ja jetzt aber nicht mehr mit der zweiten machen, sonst ist es per schlecht. Gut, hat er nicht gemacht. Aus irgendeinem Grund greift er nicht mehr an. Er wird angegriffen. Ja, jetzt nicht mehr, hä? Äh, ja. Da ich keine wirkliche Lust habe, dass das jedes Mal wieder passiert, speichere ich jetzt einfach mal. So. Ich kriege immer noch nur sehr wenig Geld. Und ich habe immer noch keine Ahnung, warum. Ich glaube, das sind nur 100 Dollar pro Minute. Was zum Geier? Ne, 100 Dollar pro 30 Sekunden oder so. So 20 Sekunden? Ich weiß nicht. Aha, das wird jetzt. Achso, ja, wegen der Handelsroute. Ich muss grün angreifen. Wenn ich grün nicht angreife, ist es schlecht. Weil grün ist wichtig. Ja, toll. Das bringt jetzt voll. Ach, Mann. Ich muss es versuchen. Was ist das denn? Ich muss es kaufen, aber das wird benötigt. Okay. Was haben wir denn? Die Welt muss sich in deinem, in dem eigenen wahren Glauben beeilen. Du wirst die Wahrheit lernen, so wie alle anderen vor dir auch. Äh, ja. Das ist also eine religiöse Stadt. Das ist der fucking Proof. Oh, nö, jetzt greift der uns an oder? Nix. Dann guck. Leck mich. Das ist ja schon ein Arschloch, ne? Lässt mich erst die Stadt von denen angreifen und greift dann meine an. Na toll. Ey, ich muss die jetzt verteidigen, sonst bringt mir das rein gar nichts, dass ich die Stadt zerstöre. Das bringt mir sowieso rein gar nichts, weil meine Truppenstärke gleich null ist. Die haben es gleich echt eingenommen. Na, dann nehme ich es wieder zurück ein, ne? Ist klar. Oh Gott, schon wieder neue Truppen. So, jetzt auch schon wieder neue Truppen. Das gibt's auch nicht. So overpowered. Schon wieder neue Truppen, ich glaub's ja nicht. Das Geschütz. Schnell das Geschütz. Scheiß, dann nur noch zwei Truppen. Geschütz. Schnell. Mach putt. Putt machen. Scheiße machen. Mach putt. Oh, nö, wir sind jetzt. Hahn wird angerufen. Von den blauen? Ey, komm, das ist jetzt voll unfair. Ich glaub's ja nicht. Wie unfair. Ich hab nur noch einen Luftfahrzeug. Ja, super. So wert das denn? Oh, nö. Ich kann kotzen. Diese verfickten blauen, Alter. Die Bla-Nation ist nicht mehr. Die rote Nation ist nicht mehr? Geil. Moment, geil? Ne, nicht geil. Ist die Andertroute weg? Scheiße. Ist aber schlecht. Und schon wieder welche. Ja, die Stadt wird fallen. Aber so derbs. Toll. Und ein Luftfahrzeug. Boom. Was ist das? Luftfahrzeug. Das ist doch übel unfair. Wie das einfach nur unfair ist, ne? Meine Fresse. Ja, das kann ich vergessen. Das ist eingenommen. Toll. Dann nehme ich es halt wieder zurück. Gar nichts mehr, auch wieder. Verarschen lasse ich mich hier gerade nicht. Warum habe ich so wenig verficktes Einkommen, man? Ich habe vier Städte. Und wie viele sind das? Zwei, vier... Sechs Gewürz-Gesiere. Ja. Nur 100 Dollar pro 30 Sekunden oder so. Was ist das denn? Im Ernst? Das ist doch ein Scheiß. Ich stelle es gleich wieder ein. So viel steht fest. Und... Bäm's. Ja. Zählt das jetzt eigentlich? Du hast diese religiös geste... Ähm... Ja, nehm ich mal religiös. Warum nicht? Erstelle im Stadtplaner ein Landfahrzeug. Ja, ich muss jetzt erst... ...ein religiöses Landfahrzeug erstellen. Die sind aber jetzt hier noch... ...beibehalten, ne? In anderen Städten. Ja, gut. Was machen die denn da? Äh, ich glaub's nicht. Was für Arschlöcher. Ganz im Ernst. Das Schlimme ist ja, ich kann auch keine Fabriken oder so... ...oder ne gute Stadt bauen, weil ich... ...von nicht genug Geld hab. Das ist doch ein Scheiß. Was ist das denn? Ja, plus 800 pro Minute. Voll nicht, aber egal. Plus 0, plus 0, plus 0. Okay, daran liegt's wahrscheinlich. Warum ist hier plus 0? Im Ernst? Ich hab doch alles hier... Verarscht mich doch. Statt mit 0 einkommen, kann ich auch direkt verkaufen, man. Ist das denn für'n Scheiß, ey? Im Ernst? Jetzt hab ich genauso wenig einkommen wie vorher. Toll. What the fuck did just happen? Warum hab ich auf einmal... Achso, ja klar. Äh, ich bin so doof. Ich hab doch grad verkauft. Ich depp. Oh Gott, wie dumm was man sagt. Was? Hier. Ne, das war ne schlechte Idee. So, ja. Prick, kann ich nicht bauen. Warum nicht? Kann ich nix mehr bauen. Okay. Immer noch plus 0 pro Minute. Okay, wer greift mich grad an? Hahn. Hahn und Hahn. Ja, war klar. Die Stadt fällt so der. Ach, verdammt. Hier. Hier, hier, da. Da, schnell. Mach. Mach tot. Komm. Schneller. Das muss schneller gehen, Junge. Sonst ist es schlecht. Ganz schlecht. Wo ist denn hier die Atombombe? Nein. Das regelt und kann helfen. Ja, das ist die Interkontinentalrakete. Steht da wohl erst, wenn wir die auch holen können. Aber.